Online-Marketing bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Der erste und vielleicht offensichtlichste ist, die Möglichkeit, ein weltweites Publikum zu erreichen. Die Grenzen der traditionellen Marketing-Methoden werden durch die globale Natur des Internets aufgehoben. Unternehmen können ihre Produkte und Dienstleistungen überall auf der Welt anbieten, ohne physische Präsenzen in diesen Bereichen haben zu müssen. Dies erweitert den potenziellen Kundenkreis erheblich. Ein weiterer Vorteil ist die Kosteneffizienz. Im Vergleich zu traditionellen Marketing-Methoden wie Print-Werbung oder Fernsehwerbung sind die Kosten für Online-Marketing oft deutlich niedriger. Darüber hinaus ermöglicht Online-Marketing eine präzisere Zielgruppenansprache. Durch Datenanalyse und Verbraucherverhalten können Unternehmen genau die Menschen erreichen, die am wahrscheinlichsten an ihren Produkten oder Dienstleistungen interessiert sind. Dies erhöht die Effizienz der Marketing-Bemühungen und senkt die Kosten pro Neukunde. Die Flexibilität des Online-Marketings ist ein weiterer bedeutender Vorteil. Marketing-Kampagnen können schnell und einfach angepasst werden, um auf Veränderungen in der Marktnachfrage oder auf das Feedback der Verbraucher zu reagieren. Dies ist bei traditionellen Marketing-Methoden oft nicht so einfach möglich. Online-Marketing bietet auch eine verbesserte Möglichkeit zur Messung und Analyse von Marketing-Bemühungen. Durch Tools wie Google Analytics können Unternehmen genau verfolgen, wie effektiv ihre Marketing-Strategien sind, woher der Traffic auf ihrer Website kommt und was die Besucher auf ihrer Website tun. Diese Daten können verwendet werden, um Marketing-Strategien zu optimieren und die Rendite der Marketing-Investitionen zu verbessern. Schließlich ermöglicht Online-Marketing eine bessere Interaktion und Beziehungsaufbau mit den Kunden. Durch Social Media, E-Mail-Marketing und andere Online-Tools können Unternehmen direkter und persönlicher mit ihren Kunden kommunizieren. Dies kann zur Steigerung der Kundenbindung, des Vertrauens und letztendlich der Kundenzufriedenheit führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Online-Marketing-Unternehmen hilft, ihre Reichweite zu erweitern, Kosten zu senken, zielgerichteter zu werben, flexibler zu sein, ihre Marketing-Bemühungen effektiver zu messen und zu analysieren und stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung unserer Welt ist es für Unternehmen wichtiger denn je, eine effektive Online-Marketing-Strategie zu implementieren. Das war's für heute. Falls dir unser Erklärvideo gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!